Eine Stadt in Angst, zwei Polizisten und nur eine Frage. Warum ist denn das hier eigentlich so grau in grau? Da hätte ich ja gleich schön in Bitterfeld bleiben können. Nehmen Sie das doch nicht so persönlich. Das ist doch nur ein Casting. Miss Minipony, wo Zuckteufel steckt? Der Schiefinspektor. Für diesen Fall brauche ich meinen besten Mann. Gentleman, Inspector very long, Chiefinspektor even longer. Der Mönch mit der Peitsche ist abortet worden. Das war so ein komischer Knochenkopf mit dem Zylinderhut. Der Wichs. Schönen Tag noch, Gentleman. Nicht so schnell, Cookwood. Ein paar Fragen hätten wir da schon noch. Ich würde mal bei der Prankrufe überhaupt nichts sagen. Smearlap. Den kaufe ich mir. Raus mit der Sprache. Lang! Lang! Ups. Was haben Sie herausgefunden? Smearlap verschifft illegal Girlgroups ins Ausland. Im Auftrag von Cookwood. Hat Smearlap das zugegeben? Ja. Nein. Und was ist mit dem Wichser? Der Wichser ist nächster als ein verdammter Wichser. Komm endlich seine dämliche Maske ab. Setz du endlich mal eine auf. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Pssst. Falscher Film. Trap-dor. Trap-dor? Ach ja, Falltür. Pua! Wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, Chefinspektor. Sie sehen erbärmlich aus. Es wird der Tag kommen, da werden alle Menschen Wichser sein. Hallo, hier spricht Edgar Bolt, dein Nachbar. Ich würde mich lieber noch ein bisschen in dem Schuppen hier umschauen. Ich könnte mich als Führer anbetten. Diesmal nicht. Der Wichser kommt mit Oliver Kalkofe, Bastian Pastewka, Anke Engelke, Olli Dietrich, Christoph Maria Herbst, Thomas Fritsch und Wolfgang Fölz. Den Mix auf DVD. Der Wichser.